So, herzlich willkommen zurück zum dritten Part von Sims 3. Ah, jetzt ist der Sound mal wieder ein bisschen leiser. Bisschen lauter, hatte den halt ein bisschen runtergedreht, weil ich gemerkt habe beim Bearbeiten der ersten Videos, lief es nicht so gut. Okay. 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 So, den lassen wir jetzt ein bisschen trainieren. Oh, der stinkt schon wieder. Toll. Oh, der stinkt ey. Oh Gott. Der muss da sofort noch duschen gehen. Dann will wir ein bisschen schöner laufen. Okay. 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 good. Okay. 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 das haben wir jetzt nicht das wäre jetzt ein fataler Fehler gewesen und dann lassen wir ihn mal ja komm ich glaube ich muss hier hoch warte, geh mal auf, ich bestelle mich kurz ich muss hier den Weg hoch, ok so ich dann Ja, der räumt jetzt die Zeitung weg, das hätte er nicht alles auf einmal nehmen können, aber ok. Komisch. Da hängt wohl ein bisschen gerade aus die... So, und dann folgen wir ihn noch. Und dann folgen wir ihn noch. So, und dann folgen wir ihn noch. So, und dann folgen wir ihn noch. So, und gleich haben wir es geschafft. So, wieder was erledigt. Und dann folgen wir ihn noch. Und dann klären wir ihm noch. Heute haben wir Dienstag. Okay. Was brauche ich denn mit dem Video? Ja, die Tauschen kannst du auch noch ein bisschen. Okay. 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 Einmal ein Atome-Bilder. Einmal hierher. Hier prüge Kapillare. Was hat er noch? Können wir mal den Chatten. Wie kostet denn so eine Staffelei? Ja, ich würde gerne den letzten Chatten auch wegkriegen. Standard. Okay, das könnten wir morgen mit dem nächsten Teil zusammenkriegen. Ja, ja, so ist das wohl. Dass die alle immer so rennen, verstehe ich gar nicht. Hm. Okay. 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 möchte ich nicht. Ich will euch einmal zeigen, hier kann man einstellen wie lang die Stadien sind. Ich bescheide das Ganze mal kurz ein bisschen. Ich bescheide das Ganze mal kurz ein bisschen. Nein, du nutzt das erst und dann gehst du da hin, bitte. Amen. Als erstes werden wir uns, glaube ich, ein besseres Bett kaufen, einen Raum vergrößern und dann ein besseres Bett. Okay, ein Stück essen, Sanko. Lime. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, so ist das dann wohl. 50 Euro erst. Das kostet uns auch schon wieder viel. Let's see, it's without beta. Okay. 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 los er riecht mich auf warum haben wir bloß ordentlich gewiss los noch durchschlumpen auf schlumpen auf so ihr habt das Fiepen gehört im Hintergrund das heißt der Part ist zu Ende wir lassen ihn noch bis dahin joggen dann ist allerdings auch der Part schon zu Ende los beeil dich 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 Vielen Dank. 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 Achso, was mir dazu einfällt, wir wollten den Part beenden. Ganz spontan. Pause und bis zum nächsten Mal.